Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Half-Life. Wir sind hier bei diesen Stampfern stehen geblieben. Ja, und die Stampfern müssen wir erstmal anschmeißen, logischerweise. Oh, ja. Ja, das sieht ganz nett aus. So, erstmal den Spitter hier kaltkriegen. Oh, das war knapp. Ach, jetzt geht's nochmal. Dankeschön, down. Tausend Sachen verbraten, würde ich mal sagen, aber... Ja. Jetzt geht's los. Wir dürfen hier logischerweise, weil man sieht recht schnell, man kommt ja nicht wirklich weiter. Man kommt dort hinten nicht wieder hoch. Das ist halt das ganze Problem. Und ansonsten kommt man auch nicht wieder hoch. Und deswegen müssen wir über diese Stampfer springen. Das macht natürlich einen Heimspass, wenn man erstmal gegen das Geländer rennt, ja. Ich bin der dritten Geländer. Hopp. Ach, scheiße. Noch ein bisschen scheiß Fiecher. Äh, okay. Nur Half-Craps. Ha! So. Ich möchte nicht hier runterfallen. Dankeschön. Aber möglicherweise hätte es ja noch ein bisschen was gegeben, aber ich möchte lieber weiter. Sonst kommen wir noch in den Griffensküche. Ja, deswegen. Ah, Mad-Kit reicht ja. Scheiße. Ja. Gut, äh, wir haben gespeichert gehabt. So, äh, was nehmen wir uns erstmal kurz? Äh, die Schrotze. Ja, das hilft natürlich nicht viel. Gut, dann machen wir es anders. Wir haben nämlich noch sechs Granaten. Nein, ich habe mich selbst umgebracht. Scheiße. Haha. So, das Einfache mit diesem bösen Stampfer haben wir geschafft, ja. Ja, ja. Gut, dann können wir erstmal uns wieder aufladen. So, 39 Leben ist nicht die Welt und wir haben 20 blöden Granaten. Also, die Granaten sind cool. Haben wir verschwendet, leider Gottes. So, wo geht es jetzt lang? Oh. Oh, das sieht ungesund aus. Okay, ist down. Is down. Ei, 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 ei. Was macht hier noch so alles los? Da gibt es doch noch welche, ja. Aber wo? Achso, ich kann keine Schrotze Munition mitnehmen. So, ja. Ja. Jetzt müssten das aber langsam mal alle gewesen sein, oder? Ich habe da schon wieder was gehört, ja. Aber ist ja egal. Und zwar... Na gut, Schrotz haben wir gar nicht verbraucht jetzt hier, ne? Nein, haben wir nicht verbraucht. Gut, okay. Dann, auf rein hier, ne? Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Das Wissenschaftler-Team hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Das Militär aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgericht. Aber das ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Da drin ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Cool. Ja, sieht das so aus wie eine Tür hier, oder? Naja, wir kriegen die jetzt auf. So. Na dann, rauf geht's, ne? Autsch. Scheiße, ach, ich komme hier nicht durch. Das liegt ja nicht... Nein. Komme ich hier durch? Ah, verdammt. Wir kriegen nämlich auch ein Problem mit der... Kälte. Ja. Die Kälte. Teil 2. Oh. Ja. Ey, ich bin hier lang. Scheiße, von hinten abgefahren halt. Gut, okay. Das war halt mit dem Durchrennen. Scheiße. Schlechte Idee. Ich will hier lang. Ich komme hier nicht lang. Scheiße. Was ist denn noch, Renner? Los, los, los. Get down. Down, Junge. Und hier runter. So, jawohl. Okay. Das wäre geschafft. Das ist nämlich, dass es ein komischem Kühltrakt auch raus ist. Und hier unten gibt es aber nichts, ne? Nein? So, ne. So. Ist ja langweilig. Ich hätte nämlich gern so ein bisschen... Ach, vielleicht hier aber. Aber hier gibt es bestimmt noch irgendwelche netten Monster. Das ist aber auch medik, das ist gut. Noch mehr medik. Also hier gibt es bestimmt Monster, das sage ich euch. Ja. So, Freunde. Das ist doch eine... Ah, kommt raus. Ihr seid um... Zingelt. Ja, geht leider nicht. Ja, haben wir noch einen Schlag abbekommen von dem Otto, aber ja. Wohin. Hier geht es nicht weiter, ne? Nein. Ja. Nichts. Ach, hier wieder. Gut. Ich wollte schon sagen. Ach, irgendwas kam wieder. Ah, es gibt noch ein paar... Nein, die gibt es nicht. Denn wir hatten, wie gesagt, gerade die schönen Granaten, aber... Die gab es leider nur zwei. Also gab es nur noch zwei im Angebot. Der Rest war leider schon ausverkauft. Dafür aber 50, äh, mumpeln. Das ist auch ganz gut, weil ich liebe ja diese Soul Rifle, von daher... Ich finde das ganz nett. Oh, mal wieder mein Lieblingsklang hier bei der Fahrstuhlfahrt. Ich habe mich übrigens mal beschäftigt, bisschen mit Beats bauen, für diverse Sachen. Und? Ich habe eine Nachricht für dich. Pass auf, dass du nicht... Oh, oh, oh. Gut, also ich habe mich ein bisschen mit dem Beats bauen beschäftigt. So aus reinem Interesse halt mal. Und da habe ich auch mal dem Julian was ganz schönes geschenkt. Der hat sich das Jahr drüber geschickt. Da hat er sich halt sehr drüber gefreut, über das Lied, was ich ihm da... Ähm, also nicht für ihn, aber halt ihm da, äh, geschickt habe. Ja, das war... Das war ein Meisterwerk, der... Der mit der anderen Kunst... So, ach, im Trüben geht es wieder ein bisschen, äh, hoch, ne? Das ist schon ganz nett. Alter, was ist das für Viecher? Bleibt er mal stehen? Okay, okay. Äh, was ist das für Viecher? Äh, äh? Finde ich nicht nett. Okay, gibt es diese komischen Bogen wieder? Au. Nice, also nicht nice. Äh, du Scheiße. Ich glaube, ich bin damals durchgerannt. Ja, mal schauen. Ob das jetzt mit Durchrennen auch zu schaffen ist oder nicht? Ja, ja, laber durch. Ich mache ja die ganzen Gisten kaputt. Hm. So. Dann auf geht's. Geronimo. Ach, hier ist direkt noch einer, oder? Au, 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 au. Ah, verdammt. Nicht geschafft. Ne, also ich kippe, die Viecher kriegt man nicht down. Also würde ich jetzt mal so vermuten. Da nehmen wir uns mal, ja. Steal, äh, Stadtteil vor. Ja, so, Face-Axis. Ja, das wird's bisher auch nicht viel, wenn du mich jetzt hier zerschießt, du Otto, wenn ich mich hier auflade. Gibt's noch Granaten? Oh je. Gibt's noch Granaten dann? Jawohl, die geht dadurch kaputt. Hier kommt der Kleiner an, oder? Also komm, gib mir, gib mir Mumpeln. Jetzt hab ich keine Nades mehr, scheiße. So, müssen wir aber erstmal hochhören. Dreckige Missgeburt. Achso. So, weiter geht's nicht. Hopp, 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 hopp Das Problem könnte gleich ihr ermutigt euren Bioeinheiten sein, es wird nicht mehr übrig sein. Ähm, ja, gut, dass wir so schnell geschalten haben, weil das macht Böse, aber, aber, und da drüben ist, da ist doch irgendwas, ne, ja. Dann gehen wir da drüben einfach mal hin. Guten Tag. Kann man jetzt hier irgendwo noch raus? Da drüben kann man, ist das, ist das, ja, doch, das sieht ganz gut aus, das ist so ein Coolideckel, ja. So, ja. Tja, ihr Ottos, ihr habt mich nicht gekriegt, haha. So. Jo. Down. Ähm, gibt's irgendwie Taschenlampe, ja. Na, da geht's lang. Hopp. Äh. Rückstandsverarbeitung. Ja, achso, wir haben jetzt nur noch das blöde Brecheisen, äh. Da, 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 da. Ich will gar nicht wissen, was hier gerade sind, die Headcrops natürlich. Hopp. Jetzt lauf. So. Ah. Gut. Ja, gut, ich, also, ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß natürlich schon alles, wie das geht. Wenn man es nicht wüsste, könnte man hier failen, aber ich will ja nicht unbedingt failen, das wäre ja doof. Deswegen kriechen wir schon mal hier rein und kommen hoffentlich schnell durch. So, wo sind wir jetzt hier? Ja, mach die einfach mal kaputt. Genau. Okay. Oh, das sieht ja richtig gut aus hier. Nicht. Kann man hier sogar rein? Ja, kann man. Ist ja interessant, wir gehen mal weiter. So, ein Magazin. Habe ich jetzt hier auch die... Nein, habe ich nicht. Oh, die Funsel an. So, ja. Gehen wir halt einfach mal weiter. Oh, wie sieht das hier aus? Na, da können wir uns ja eigentlich von der noch auch nachher anhalten lassen. Das ist doof. Mal schauen. Ja, okay, das geht. Los, viel Spaß. Mach das mal kaputt, dann weiß ich... Ich glaube, wir können nämlich hier drüben reingehen. Ach, du sollst sterben, Mensch. Ich will diese blöde Pistole haben. So, ich glaube nämlich, wenn man jetzt hier dort vornherein geht, dann kommt man ja unten raus und er ist nicht in diesen komischen hier... Seilkrakendienst eingeblieben. So, aber wieder ein paar Sprungpassagen. Hopp. Hopp. Ah, nein, nein, ich habe es noch geschafft. Verdammt. Ja, 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 ja. Mach es nicht schlimmer, wie es ist, ja? Kommen wir jetzt hier raus? Ach, doch nicht bei dem Medikzeug. Verdammt. Dann eben nicht bei dem Medikzeug. Hm. Gibt es hier irgendwie eine Leiter oder so? Ich glaube, das macht sich ungesund, wenn wir jetzt hier runterspringen. Leiter, oder? Kommen wir hier rüber. Ja. Und das ist ja jetzt noch einfacher. Aber da oben hätte man bestimmt auch hinkommen sollen, oder? Ach, keine Ahnung. Was, juckt mich das? So, also hier rüber, weil drüben kommen wir ja nicht weiter. Ah! Hey, das finde ich aber nicht nett. Aber zum Glück kommen ja keine... Idiot! Zum Glück kommen ja keine Monster. Das ist schon mal ein wenig wert. Ja. Geschafft. Äh, wo sind wir jetzt? Aber da gibt's Medik. Medik kann man immer gebrauchen. Ah! Besonders, wenn man hier runterfliegt. Äh, so. Ich hoffe, mein Sport hat keine Monster. Also, ich hoffe es mal nicht. So rum. Gut. Maintenance, Exzess. Ja, machen wir das Ding mal kaputt, ja. Äh! Gut, gerade noch... Ah, da sind noch... Äh, nee, ach. Wenn die mir schon so kommen, ist das ganz vergessen. Geht denn das? Nee, hier kommt man ja schon von da... Von da... Nee, damals ist Medik mitgenommen und noch mal von der Headcrap ein bisschen anspringen lassen. So. Aber ich denke mal, wir machen jetzt noch das hier, ne? Ja, hätten wir natürlich gleich erstmal springen können. Aber nein. Das wäre zu einfach. Wenn wir das gemacht haben, dann ist die Völker schon rum. Also durch diesen Raum gekommen sind, sein, werden. Deutsch ist nicht meine Stärke. So. Zack. Eieieiei. Eieieiei. So. Na ja, wie gesagt. Mal schauen, wo wir jetzt herauskommen. Und wenn ich sage, öh, wieder so eine blöde Sprungpassage, dann... Oh. Oh, die Fließband-Action. Die ist heftig. Ähm, ich wollte was sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Half-Life wieder. Ich denke mal, wir haben dieses Mal wieder recht viel geschafft. Wir sind schon bei Rückstandsverarbeitung. Ja. Denke ich mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, und übrigens noch die Endcard. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Links gibt es noch das letzte Video. Und drunter die Playlist von Half-Life. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.